Willkommen zur nächsten Folge Geheimnis warum kleine Geheimnis warum die Zeit ab Äh ja ich hab nur noch ne Folge Äh ja Letzte Folge 1 Viertel Gewonnen Copy Dias Ah ist nur einer Warte 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 So, so good. also das ist ja jetzt komplett sicherlich ja ja perfekt ich kann mir direkt zu sein scheißding feier ich so guten tag nice dick erstmal einen schönen strike reingedrückt bekommen der gar nicht liebe es ja ich fange direkt hey man ey also ehrlich ich hab so bock auf sie und dann passt dieser rotz einmal speicherplatz dann einmal strike me tot ich werd nicht mehr man ey was ne fucking kacke ja ich sag gleich du bescheid gg ich liebe projekt also luke hat ja nix dafür dieser scheißding ich hasse es ich muss nicht unbedingt videos aussortieren ja ja Süßere Lass mich trinken Ja, ist das Bullshit Das ist der größte Bullshit Kann man aber nicht machen Wie viele Strikes für jede Person noch bekommt? Und ich ja, weil es mein Internet Erstens steige ich Scheiße wegen einem fucking Headset Weil mein Headset in Hu Insohn war Und alles umgestellt hat Und den zweiten kriege ich einfach weil mein Fucking PC zu Überfüllt war Ich könnte kotzen Ich könnte kotzen Mann Alter ist das eine Scheiße So 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 And So Schall 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 br' 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 it's Es ist so ein Beschiss Aber ja Kann man nix machen Passiert mir halt schon wieder Tut mir leid an die alle Jungen Ich hab echt gedacht ich würde hier noch etwas reißen Hätte ich auch vielleicht immer noch gekonnt Aber bei sowas ist es halt aber lächerlich So du mir trotzdem fliegen Gefühlt ist halt Pesch Sag ich einfach gehabt So Ich guck mal So 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 So